Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir möchten unsere Truppe erstmal weitermarschieren. Unser Anführer soll noch ein bisschen was machen. So, Gold kriegen wir. Holz haben wir ein bisschen. Können auch noch ein paar Holzfälle ausbilden. Solange der uns noch mag. Glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich kann nur 2. Mist. Ups, ein zu wenig. Du kannst mal hier rüber gehen und schon mal das hier anfangen. Zack. Und die Hälfte dabei. Ein Stück zu spät wahrscheinlich, ne? So, hier habe ich jetzt keine Reliquie drin. Das ist gut. Und hier haben wir eine. Wir sind hier ein bisschen verteilt. Was ist denn jetzt los? Oh, ich werde angegriffen. Das ist ja doof. Ähm, dann bleiben wir hier. Und die machen das jetzt mal alleine. Du kannst mal was schnappen. Mies, dass er mich angreift. Ah, die haben so... Oh, nee. Wir können hier durch. Okay. Gefällt mir das? Nein. So. Ach, komm. Ein Schlag da. Sorry, ich muss euch leider angreifen. Ich muss den kürzesten Weg nehmen. Aha. So, angreif. Schön. Dann, äh... Achso, nee. Ist schon. Ähm, was machst du? Und du? Habt ihr Steine? Oder sowas? Was ist hier oben eigentlich? Das sieht so aus, wenn da noch was ist. Hm, nee. Baut mal Holz ab. Warum nicht? So, wie geht man da hin? So, vier, die nichts tun. Okay. Da mit hin. Und du gehst auch da hin. So, Erfolgslimit wächst. Das ist schon mal. Nice. Gold haben wir auch. Schon mal angehäuft. Und die Forschung ist durch. Schade. Da ist nichts. Warum bist du jetzt nicht in meiner Gruppe? Ach, dich hab ich... Ah, dich hab ich übernommen. Nett. So. Ah, Maximum erreicht. Schade. So, Team 1. Hier hin. Team 2 dahin. Ist der Falsche? So. Er kann nur noch stärker werden. So. 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 Oh. So. Oh. Wow. Alter. Jetzt switcht er auch noch da rüber. Zudem. Okay. Danke. Aber. Wow. Wenn das nämlich angriffen wird, ist das nicht so geil. Ach shit. So, ich glaube, ich brauche diese Schiffe eigentlich gar nicht. So, dahin. Dann geht ihr da lang. So. So. Und dann nach da. Ich habe schon mal was zu tun. Aber ich kann nicht versenken. Das war eigentlich egal. So, sehr schön. Leider kann ich nicht in die nächste Zeit. Aber ist aktuell auch nicht so schlimm. Wo ist denn mein Heini hier? Hier. So, das sollte er noch schaffen. Kommt hier her. Hä? Ach so, die sind hier weggelaufen. Wegen dem Schiff oder so. 400 Leben. Nett. 14 plus 16. Geil. So, wenn er die beiden wegkriegt, könnte er die 5 auch schaffen. Ich weiß gar nicht, wird das hier auch stärker und das hier? Das wäre natürlich mega geil. Ach so. Könnten sie mit ihren Helden? Okay, das ist jetzt fertig. Alles klar. Schade. Stärker geht nicht mehr. So, Dörfer. Nur manche. Oder die. Die sind immer noch auf dem Weg. Scheiß ernst. Egal. Schade, dass es endlich noch stärker wird. Unendlich stark. Das ist ja megageil. Kann ich mir jetzt einen Mann an mir irgendwo reinstecken. So. So. One on one. Kein Problem. So. Jetzt mein Reiter. Hä? Womit drehen die ihn noch um? Naja, nicht so schlimm. So. Gut. Jetzt ist er auf jeden Fall so stark, dass er ähm... ...nicht sofort drauf geht. So. Ihr seid E-Team 3. So. Leider habe ich nur einen Mönch. So. Ihr seid Team 1. So. 1 da rein. 2 und 3 hinterher. Dann holen wir uns nochmal den Ort hier unten. Dann gucken wir, ob wir die da oben kaputt kriegen. Dann wird er uns wahrscheinlich in den Rücken fallen. Oh, ihr werdet zu groß oder so. Ich befürchte das ja immer noch, aber naja. So. So. Angriff. und das so. Kommst dahin. Hat noch nichts zu tun. Ihr beide. Auch Holzhackern. Ihr schnappt euch Gold! Nee, war der. Wie schnappenst du dir Steine?! Davon haben wir zu wenig. Können die eigentlich schon mal hier hin? Viel Spaß. So, leider kann ich, doch, kann, nein, kann ich nicht. 10 zu viel und nicht 10 zu wenig. Na ja, gut, dann ist das so. So, jetzt haben wir jetzt schon mal den ganzen Süden, die ganzen Dörfchen und Städte eingenommen. Und wann wird der mich hier angreifen? Gar nicht. Es kann nicht sein, dass er mich in Ruhe lässt, so wie der klang. Aber jetzt haben wir schon mal Ressourcen ohne Ende gesammelt, damit wir schon mal einen kleinen Krieg anfangen können. Ja, ich bleibe halt an, ist mir egal. Ich habe gerne die Byzantiner lieber gehabt als Verbündeten, aber geht ja halt nicht mehr. So, da muss ich auch noch hin. Was sind die eigentlich alle? Ach da. Aha. Passt. So, 1, 2, 3. Ach da ist er. Boah, halten die jetzt weit. Aber ich bringe auch mehr Gold. Okay, jetzt haben wir den längsten Weg, den sie kriegen können. Ich dachte hier schön kurzen Weg, aber nein. So. Gut, schnappen wir uns das ja auch noch. Angriff. Ah, diese byzantinischen Reitern, die gefallen mir so gut. So, 1, 2, 3 da hin. So, dann könnt ihr hier schon mal ein bisschen arbeiten. 2 Lads Fischen. Ok. Hm. Oh, repari, das mal. Kommt doch irgendwie, dass du nicht willst. nur ein kleiner failtest was ist der denn? da steht der gut so passt das jetzt so wir machen wir weiter guck mal wenn ich die triebe gebrauch aha das sind doch schon die ersten heimlich die mich überfallen wollen das ist der So. Wir müssen den Turm leider zerstören. Oh shit. Mist. Ich glaube, dass die das mitmachen. So. Okay. So. D-down. Passt. So. Abbauen. Schade. Ich dachte, ich könnte hier einfach weiter, aber... Ah, das ist eine fette Burg. Sollten wir vielleicht erstmal hier runter? Hm. Ich weiß es nicht. Eigentlich müssen wir jetzt warten, bis die erstmal wieder alle vollgehalten sind. Aber ich kann ja eigentlich... ...die Türme schon mal einreißen. Sollten wir mit die Türme los, dann können wir vielleicht einen fallen. Okay, das steht mitten drin. Ich stehe nur dabei. Down. Ah, so schön. Jetzt gucken wir uns nochmal an. Ich würde gerne sehen, wenn die... ...Geschosse... ...da reinkrachen und dann so ein Loch hinterlassen. Das sieht sehr viel geiler aus. Anstatt, dass die Dinger einfach nur brennen. Aber naja. So, aber jetzt haben wir sie schon mal gebraucht. Toll. Den. Ah, der hat noch so viele zu heilen. Aber wir können eigentlich nochmal kurz... ...scouten. Ja, doch. Gut, dass wir die ein bisschen heilen. Wir sollten vielleicht doch erstmal das hier unten wegnehmen. Nicht, dass die jetzt nur noch hier hochlaufen oder sowas. So, Angriff. Schauen wir uns erstmal die da. Ah, schön. Dann werden wir da. Na, kriegen wir die? Puh, schein gehabt. Deine ist fast tot. Ah, jetzt fehlen immer noch welche. Aber keine Verluste drin. Nice. Oh nein. Du bist mal weg. Keiner greift sie an. Das ist gut. So, ich denke mal hier unten werden noch ein paar sein. Gucken mal. Ja, da sind noch ein paar. Dann könnte es das sogar schon gewesen sein. Wieder ein paar Einheiten mehr. Shit. Ich glaube, wir holen uns erstmal die Dörfer. Bevor wir jetzt hier wirklich die Burg angreifen. Das ist gut. Das ruhig wieder. So ist das nicht. Mir fehlen nämlich noch ein paar. Toll. Ja, war aufgehört. Ähm, das ist leer. Schade. Wieder halt Holz haben oder so. Ich möchte den Hafen nicht verlieren. Ich weiß auch nicht. Sonst greift er wieder irgendwelche anderen Sachen an und irgendwann baue ich ein Schiff und mache ihn kaputt. Holz haben wir genug zum Reparieren. So soll da also alles passen. So. Auf ein Schiffchen. Hört die mal an. Boah, die machen ja gar keinen Schaden. Was ist los mit euch? Okay, schön. Ah, die sind auch sehr gut aus. Moment, nein, 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 nein. So. Aha. Gut. Eins, zwei, drei. Ihr könnt mal. Na. Ernsthaft. So. Viel Spaß. Aha. Noch fünf zu viel. Schade. Aha. Warten wir das noch. Das ist mein Ziegel. Gut. Kann ich hier durch. Oh ne. Eigentlich kann ich euch das stehen lassen. Hier draußen wird wohl nichts mehr sein. Na, gerade ein Mönch gehört. Was ist meiner jetzt? So, danke, den noch, jetzt fliegt ja auch noch der Feigling. Ah, nice, sehr schön, so, 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 ähm, ihr beide, äh, keine Ahnung, hier noch ein Feld. So, ach, das Ding wird immer noch angegriffen. Das ein, nee, das ist keine Ahnung, zehn Leute kann ich da reinkriegen, nice. Und ich schieße mit zwei Pfeilen. Wo sind das drei? Das ist was für drei Pfeile. Hm, interessant. Jetzt sollen wir das auch nochmal reparieren. Nein, er hat die Olle getötet. Blödes Schiff. Ich nur mehr Einheiten produzieren könnte. So, Angriff. So, fangen wir durch. Nein. So, dann haben wir die jetzt auch erobert. Okay, die bleiben da. Ihr könnt Gold abfahmen, Stein abfahmen, Holz. Und du, okay, ähm, ja, macht halt hier Gold. Passt schon. So, jetzt haben wir erstmal alles an Dörfern hier kaputt gemacht. Du kannst mal den, wo ist der Dungeon? Ah, hier oben. Ah, hier oben. Schaut mal gehen. Ich hab bisher schon gute Arbeit geleistet. Wenn die Dinger befördert oder sowas? Dass du jetzt mehrere Pfeile schießt? Ja, ne? Ich glaub nicht. So, Raum ist hier noch. Achso, dass der Steg, der feindlich ist. Ja, genau. So, dann werden wir erstmal hier den Part beenden. Der kann schon noch ein bisschen weiter heilen. Dann gehen wir nächstes Mal auf ihn drauf. Hoffentlich rauben wir ihn einfach so kaputt. Und, äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.